Dieser Podcast wird präsentiert von immer noch niemandem, nur von mir selbst, für euch. Weil exzellente Podcasts brauchen keine Werbung. So, Intro. Er taucht hinab zum tiefsten Grund und bringt herauf nur den schönsten Schund. Und der Trash-Taucher. Der Podcast für alle Trash-Fans. Und die, die es noch werden wollen. Tja, der letzte Friseurbesuch bei mir ist auch schon ein bisschen länger her. Wer ein paar Bilder oder Videos von mir gesehen hat, weiß das. Aber heute befassen wir uns mit jemandem, bei dem es sicherlich noch dringender notwendig wäre, dass er mal wieder unter den Rasierapparat rutscht. Nämlich einem kanadischen Werwolf-Horror-Filmchen. Hallo, willkommen zurück beim Trash-Taucher. Na, habt ihr Lust? Ja, ich habe heute was dabei, das ist So Harry, It's Scary. Aus dem, ja, spannendsten Filmmarkt der Welt, wie ich aktuell finde. Und nein, es ist nicht Südkorea. Nein, sondern Kanada. Und Kanada ist schon seit einigen Jahren wirklich, wirklich interessant, was da so alles rüberkommt und inzwischen entsteht. Und vor allem auch an jungen Filmemacherinnen da drüben ihr Handwerk lernt und verrückte Ideen umsetzt in dem, ja, so freundlichen Land mit den offenen Haustüren. Ja, aber die können auch Horror-Filmchen und andere abgedrehte Sachen. Ich erinnere nur an Strange Dreams oder was, einem meiner Herzensfilme der vorletzten Film-Fest Nights in Köln. Und heute habe ich mir aber, weil wir ja im Monster-Mai sind, ein Werwolf-Filmchen rausgesucht, das ihr vielleicht kennt, weil der ist noch gar nicht so alt. Der ist nämlich gerade mal von 2014 und ist auch sehr lustig, aber auch brutal, aber auch gruselig, aber auch haarig. Und heute habe ich mir selbst mal eine Challenge aufgelegt, weil ich werde heute mal versuchen, eine Uncut-Folge zu produzieren ohne Schnitte für die Leute, die es bisher nicht gemerkt haben. Ja, ich schneide in der Regel sehr oft und sehr viel, weil ich zwischendurch immer mal merkwürdige Geräusche von mir gebe. Aber nein, heute bekommt ihr alles live Uncut, ne, fast live. Also sagen wir mal Uncut. Und was auch Uncut ist, ist der Wolf-Cop. Auuuuh. Die Handlung. Ein Bilderbuch-Cop war Lu Ni. Alkoholabhängig, respektlos und ohne Motivation ging er seinem Job nach. Mehr oder weniger zumindest. Bis sich sein eintöniges, vom Suff geprägtes Leben auf einen Schlag ändert. Eines Nachts wird er nichtsahmend nach einem seiner Saufgelage von einer okkulten Satans-Sekte in einen reißenden Werwolf verwandelt. Bei Vollmond sorgt Lu fortan als betrunkener Wolf-Cop für Ordnung und Gerechtigkeit. Mit einem unstillbaren Hunger nach Gerechtigkeit, Donuts und Schnaps. Er ist knallhart. Er ist Cop. Und er hat die Entstehung. Ach, da kriegt man schon richtig Bock, wenn man den Klappentext so hört, Wolf-Cop sich direkt in den Player zu schieben. Und ich muss sagen, ich habe den das erste Mal jetzt gesehen. Das war tatsächlich meine Premiere, meine Entjungferung mit dem Wolf-Cop, der 2014, wie gesagt, entstanden ist. Und das Spannendste an dem Projekt ist, es ist tatsächlich ein Crowdfunding-Projekt oder zumindest ein Nachwuchsförderprojekt in Kanada. Es gibt nämlich dort den sogenannten Cine-Coupe-Preis, der junge, aufstrebende Filmemacher auszeichnet, plus einem Crowdfunding-Projekt, was hier ins Leben gerufen wurde. Und so haben sich die Filmemacher von Wolf-Cop insgesamt eine Million kanadische Dollar zusammengekratzt, um dann ihre Filmexpertise oder ihre Vorstellung von einem humoristischen Werwolf-Film, Was wäre, wenn ein Typ Polizist wäre und Werwolf gleichzeitig, in 80 Minuten auf Film oder auf Scheibe oder was auch immer runterzubrennen. Ja, und verantwortlich hierfür ist Laurel Dean, der hier sowohl Regie als auch Drehbuch und tausend andere Positionen eingenommen hat. Den kennt ihr vielleicht nicht. Also ich kann den nicht. Er hat jetzt auch noch nicht so super viele Filme gemacht. viel, ja, Kurzfilm-Kram. Aber, wo ich drüber gestolpert bin, wo ich mir gedacht habe, oh, okay, da halte ich Interesse dran. Und zwar ein Film namens 13th Eerie mit Catherine Isabel, den wir aus, die, Entschuldigung, das ist eine Sie, natürlich, die wir aus Catherine Isabel, nee, das ist ihr Name, aus Ginger Snaps verdammt nochmal kennen. Als Ginger, da hat sie nämlich die Hauptrolle gespielt, ebenfalls ein Werwolf-In. Aber zum Beispiel Laurel Dean hat auch in seinem letzten Film, ich glaube der ist von 2018, namens Super Great, ein bisschen Mad Max-Gedöns mit DHL-Postboten gemischt. Ich weiß ja nicht, habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe auf jeden Fall Bock, mehr von dem jungen Mann zu entdecken. Aber es gibt, wie gesagt, noch nicht allzu viel. Vielleicht kennt ihr die Filme aber auch von ihm, die wenigen, die es gibt. Oder die Kurzfilme, da hat er ja auch einige schon produziert. Ansonsten ist die Riege der Menschen, die hier mitgewirkt haben, relativ, ja, erwartungsgemäß unbekannt. Und erwartungsgemäß sehr kanadisch. Sie haben hier, glaube ich, im Cast und allem drum und dran locker 95% oder was kanadische Kameraleute, Musiker und alle, die im Background mitarbeiten und, und, und. Nur in der Schauspielerriege wird es nachher etwas abwechslungsreicher. Da sind auch ein paar US-Amerikaner mit drin. Aber ich will trotzdem einfach mal, weil sie es sich verdienen, wie ich finde, einfach mal die Namen so ein kleines bisschen runterleiern. Und vielleicht kennt ihr sie ja irgendwoher. Woher auch immer. Also ich kenne sie nicht. Und wenn ich was dazu gefunden habe, dann sage ich es natürlich dazu. So zum Beispiel beim Kameramann Peter LaRocke. Oder LaRouche. Oder LaRouque. Ich habe keine Ahnung. Dieses Franco-Kanadisch-Gedöns. Damit komme ich irgendwie nicht so klar. Aber ich weiß, die kommen irgendwie alle aus der Gegend von Saskatchewan. Die einzige Region neben Montreal oder, äh, was ist denn da oben noch? Ach, mir fällt es gerade nicht ein. Ist auf jeden Fall Franco-Kanadisch. Und der hat tatsächlich hier, ja, der hat noch ein paar Kamera-Assistenz-Jobs gehabt. Aber hier hat er das erste Mal so wirklich eigene Kamera-Expertise gezeigt. Musik beigesteuert ist von Toby Bond und den Shooting Guns. Die bisher auch nur Wolf Cop. Und die Fortsetzung. By the way, es gibt eine Fortsetzung. Another Wolf Cop. Wo sie Musik beigesteuert haben. Aber ansonsten gab es noch nicht so viel. Dafür ist mir aufgefallen, das Production Design, also der Look des Films, stammt von Justin Ludwig. Und der hat nämlich zum Beispiel auch das Production Design für Summer of 84 beigesteuert. Und der ist ja bekanntlich auch eine kanadische Produktion von den Machern von Turbo Kid. Auch echt geiler Film. Also beides sehr coole Filme. Und auch mit einem sehr coolen Production Design. Und man merkt, dass der sehr geehrte Herr Ludwig hier schon, oh ja, schon echt was zur Bereicherung beigetragen hat. Dass Wolf Cop cool wird. So viel vorweg. Oder zumindest cool aussieht. Auch fürs coole Aussehen verantwortlich sind natürlich die Special Effects. Wir haben hier, Achtung, Achtung, ruhig brauner. Wir haben hier natürlich viele Practicals, also viele Retro in Anführungszeichen Effekte, wie es der Filmmacher selbst genannt hat. Aber hier wird eben viel mit, noch mit Kostümen gearbeitet. Mit ordentlichen Special Effects der alten Schule. Und da ist unter anderem verantwortlich Casey Marcus, der leider einige Filme gemacht hat. Und unter anderem den furchtbar, furchtbar, furchtbar schlechten, wie ich finde, The Grudge von 2019. Oder wann der Scheiß rauskam mit Lin Shay. Da habe ich gedacht, oh Gott, also ich musste den damals reviewen. Alter, furchtbares Remake. Richtig, richtig furchtbares Remake. Und für die Special Effects auch mit verantwortlich, aber mehr im Bereich Make-up, ist Emerson Ziffel. Der die unter anderem bei Krampus schon Make-up beigetragen hat, oder aufgetragen hat eher. Oder auch Special Effects bei The Editor mit beigesteuert hat. So, da sind wir jetzt mit der Crew durch. Kommen wir zum Cast. Und die Besetzung ist genauso relativ unbekannt. Es sei denn, man ist mit dem kanadischen Film- und TV-Business ein bisschen vertraut. Da haben wir in der Hauptrolle, ja, eigentlich jemand, der eigentlich gar kein Schauspieler ist. Wir haben Leo Farfart, der hier als Lou Garou, beziehungsweise Wolf Cop, die, ja, die Kleinstadt, die er quasi bewacht, unsicher macht. Und der hat, eigentlich ist er Kamera-Operator, also der ist eigentlich mehr so im Technikbereich beim Film zuständig. Und hier hat er das erste Mal wirklich so eine große Hauptrolle gespielt. Und hat das danach dann auch weitergetan. Zum Beispiel in Another Wolf Cop, also in der Fortsetzung natürlich, aber auch in Super Grid. Da hat er auch wieder mit Lowell Dean zusammengearbeitet. Und der sieht auch sehr haarig aus, kann man sagen. Also das kauft man ihm auch ab, ohne Make-up. So, als Polizisten-Kollegin haben wir Amy Wattisio als Tina Walsh, die scheinbar eine sehr bekannte kanadische Comedian sein soll. Die auch mit irgendeiner Webserie irgendwelche Preise gewonnen hat. Ich habe keinen Schimmer. Ihr kennt sie bestimmt. Hat aber zum Beispiel mit Rion Reynolds in Wild Xmas mitgespielt. Wir brauchen natürlich auch ein bisschen was fürs Auge. Und wir bekommen nicht nur irgendwelche haarigen Wehrwolf-Klöten in die Kamera geklatscht, sondern auch etwas, ja, weiblich-barbusiges Fleisch. Und dafür sorgt Sarah Lind, die hier als Bar-Betreiberin Jessica Barrett, ein ordentliches Brett abliefert. Und für die Catchy Moments sorgt. Und die hat zum Beispiel auch mitgespielt in Jacob's Wife. Fantasy-Filmfestgänger werden sich erinnern. Der Nosferatu-Verschnitt mit Barbara Crampton. Dann haben wir eine Veteranin des Schauspiels hier mit an Bord, die zumindest Fernsehschauer der 60er bis 90er Jahre vielleicht kennen könnten. Und zwar Corin Conley, die hier die Bürgermeisterin Bradley spielt. Die hat über 400 Folgen in Zeit der Sehnsucht gespielt. Als Phyllis Anderson Curtis, wer erinnert sich nicht daran. Oder auch in der 80er Jahre TV-Serie Krieg der Welten. Dort hat sie die Mrs. Pennyworth gespielt. Aber ansonsten hat sie auch viel Film natürlich gemacht. Und eben hier mit, ja doch, stolzen 90 Jahren nochmal die Bürgermeisterin gemimt. Hut ab. Und zum Schluss, um die Riege voll zu machen, haben wir noch Jonathan Cherry als Willie Higgins. So ein bisschen, so ein Verschwörungstheoretiker-Hillbilly. Aber auch Freund von Lou Garou. Und den habt ihr vielleicht schon mal gesehen in Final Destination 2. House of the Dead von Uwe Boll. Entschuldigung, Doktor Uwe Boll. Oder auch Goon. Kein Film für Pussys. Ich glaube mit Sean William Scott unter anderem. Da könntet ihr vielleicht Jonathan Cherry schon mal erblickt haben. So, jetzt haben wir die Namen alle durch. Haben alle ihren Zehnt abbekommen. Und ich bin immer noch uncut. Und jetzt gucken wir mal, wie oft ich mich jetzt verhaspel. Hei, hei, hei. Jetzt kommt mein Eindruck. Mein Eindruck. Ja. Und Werwolf-Filme dürfen natürlich in einem Monster-Motto-Monat nicht fehlen. Und da habe ich mir gedacht, was guckst du denn? Ich meine, es gibt so viel. Es gibt wirklich echt viele Werwolf-Filme. The fuck. Also ich glaube, das ist neben Dracula eine der am meisten verfilmten. Es ist ja so eine Halbroman-Figur. Aber es geht ja auf den, wie heißt das, Sismiak oder was zurück. Oder Sismiak, der ja für den ersten Wolfman aus den 30er Jahren mit Lon Chaney Jr. Props an der Stelle. Ich liebe den Mann. Auch mit Schnurrbart. Die Vorlage gegeben hat. Und seitdem war das Ding ja nicht tot zu kriegen. Ich meine, Lon Chaney Jr. ist der Universal-Wolfman gewesen. Dann hast du ja so Leute gehabt wie Paul Naschy, der ja eigentlich Spanier, glaube ich, war. Und der hat ja diese ganzen Euro-Monster-Abklatsch-Filme gespielt. Ich glaube, der hat den auch über sechs, sieben, acht Mal gespielt. Also ich glaube, das ist neben Chaney der Einzige, der wirklich am Stück so oft in den kratzbürstigen Fellanzug geschlüpft ist. Ja. Und jetzt haben wir es halt mal mit einer, ja, Horror-Komödie zu tun. Ich meine, Horror-Komödien so im, ja, Werwolf-Bereich gibt es ja ein paar. Also ich habe ja letztens erst über Filmverrückt, meinen anderen Kanal, über Werewolves Within. gesprochen, den ich auch sehr cool fand, der ja auch so Comedy-Elemente mit dran hatte, aber auch so ein bisschen Grusel-Elemente. Aber, ja, es basiert halt auf einem Brettspiel, zumindest auf einem Kartenspiel. Ja. Und bei Wolf Cop haben wir halt einfach, ich fand die Grundidee schon einfach geil, dass du einfach so einen, so einen ranzigen, versoffenen, rumhurenden Sheriff hast aus irgend so einem Kaff. Also so einen Ranz-Sheriff, ähm, working in Ranz-City. Und der einfach gar nicht mal bewusst oder einfach nur, weil er sowieso keinen Bock auf gar nichts hat, außer saufen, Donuts fressen und lange schlafen und Arbeit an seine Kolleginnen abdrücken, wird er dann halt einfach mal zum Werwolf. Also allein schon die Grundidee habe ich gesagt, okay, das könnte sehr witzig werden. Und es ist auch tatsächlich sehr witzig geworden. Wir haben ein Filmchen hier bekommen, 80 Minuten, der wirklich, also er fühlt sich nicht langsam an. Also er hat wirklich ein hohes Pacing drin. Also du hast sehr, sehr rasante Schnitte zum Teil und alles. Das gibt dem Ding ein unheimliches Tempo. Hat mir sehr gut gefallen. Und dadurch kommt halt auch eine gewisse Dynamik auf. Und ich sag mal, ja, Lou, also nee, nicht Lou, also Lou Garou ist ja der Rollner, aber Leo Farfart, er gibt hier schon so einen geilen Ranz-Sheriff an. Also allein schon für den wahrscheinlich echten 15.000-Tage-Bart, den er mit sich rubschleift, der sieht einfach todesmüde aus, der Typ. Und man glaubt ihm auch, dass er mindestens drei Lebern bei sich in der Bauchhöhle irgendwo eingepflanzt hat, damit er den Suff, den er da sich reinzieht, jeden Morgen zum Frühstück oder was, erstmal überlebt. Alter Verwalter, dass der überhaupt noch Auto fahren kann. Wahrscheinlich ist das einer von der Sorte, der unter einem Pegel von 1.0 gar nicht mehr Auto fahren kann, weil er dann anfängt zu torkeln. Das heißt, so die klassische LKW-Fahrerschiene, wo man so sich denkt, okay, wenn du dem im Supermarkt begegnest, dann fällt er von der Fleischtheke ins Müsliregal. Aber wenn du ihn hinter den Steuer setzt, ja, dann fährt er kerzengerade aus. Da hat er gar keine Probleme mit. Ja, und genau so präsentiert er sich hier auch. Also der Suff ist quasi der einzige Ausweg für ihn, den er irgendwie sieht, um in dieser Stadt irgendwie zu überleben. Aber er geht trotzdem seiner Arbeit nach. Also er ist immer noch Polizist und er hat aber trotzdem einfach keinen Bock. Aber gewissenhaft ein bisschen zumindest. Ja, und irgendwann kreuzte sich halt der Weg, nachdem es dann irgendwelche Anschläge gab oder Verbrechen oder Aufzeichnungen, die er vor allem von seinem verrückten Freund Willy erfahren hat, der ein Waffengeschäft betreibt. Und wo ich mir so denke, Alter, so ein Typ sollte definitiv kein Waffengeschäft betreiben. Aber er tut es und er hat halt auch so, ja, so ein bisschen so diesen Verschwörung, das waren so die Vorläufer von diesen Verschwörungstheoretikern, als man sie noch nicht so genannt hat, sondern einfach so, er ist so ein bisschen, wie nennen die sich, Kryptozoologe oder sowas. Weil er steht auf so irgendwelche mystischen Wesen, die im Wald rumschläuchen und er filmt sie dann auch. Oder er denkt zumindest, dass er sie filmt irgendwie, keine Ahnung, den Bigfoot und keine Ahnung was. Aber, und er filmt sie einfach, um sie dann abzuknallen. Er ist schon ein bisschen ein weirder Dude. Sieht auch sehr verwegen aus und sehr, sehr wild. Also wirklich wie so ein, wie stellt man sich so ein Drogenfuzzi mit gleichzeitigem Waffengeschäft im hohen Norden Kanadas, also irgendwo der eine Öde vor, ja, mit so einer geilen russischen Fellmütze und, ja, Bart des Todes, ja, und irgendwelchem ranzigen Leder-Legackengedöns. Also, und wie er schon da rumfällt oder was, der ist schon sehr, der wirkt schon sehr suspekt, der gute Junge. Und trotzdem führte dann Lou auf die Fährte von ein paar fiesen Satanisten-Kids. Weil die wurden während, in der Stadt öfter mal angetroffen, dass sie da eben irgendwelche merkwürdigen Rituale abhalten. Und es verschwinden auch immer wieder Menschen, die dann tot aufgefunden werden. Scary Movie 3, äh, 3 oder 4 lässt grüßen an der Stelle. Und, ja, und Lou Garou geht dann halt diesen Satanisten-Kids hinterher. Er wird dann, ja, hinterrücks K.O. geschlagen und wird dann unfreiwillig Opfer eines Rituals. Und wacht dann auf. Und jetzt, erstmal ist es nichts anderes als zuvor. Er wacht einfach auf und fühlt sich einfach tausend Jahre verkatert. Und will sich dann rasieren. Und beim Rasieren fällt ihm auf, dass es irgendwie nicht so klappt. Also, er rasiert sich, aber der Bart geht nicht weg. Stattdessen wachsen eher noch mehr Haare. Und ab da wissen wir dann spätestens auch als Zuschauer, ah, okay. Also, spätestens wissen wir, wenn er dann sein Hemd aufmacht, dann ist ein riesiges Pentagramm eingeritzt. Aber, ja, dann wissen wir, okay, er wurde von einem Bärwolf-Fluch belegt. Und ab dann fängt er so an, seine Fähigkeiten nach und nach zu entdecken. Und da hatte ich sehr starke Superman-Vibes, dass er erstmal rauskommt und ist erstmal überfordert. Weil seine Sinne erstmal total untrainiert sind und wie so ein roher Nerv. Und er nimmt erstmal alles gleichzeitig wahr. Und er ist dann einfach erstmal total benommen und geht quasi K.O. Aber hängt sich dann doch irgendwie hinter das Steuer und fährt dann auf die Polizeistation. Fängt da dann halt an, dem Ganzen nachzurecherchieren. Beziehungsweise zur Station. Und er fährt dann in seine zweitliebste Arbeitsstelle. Nämlich die örtliche Kneipe. Die von Sarah Lind betrieben wird. Und da kriegt er, wenn er ankommt. Ich meine, das ist natürlich schon erstmal ein Merkmal, dass du weißt, hey, du bist definitiv am Ort bekannt. Und wirst respektiert, in Anführungszeichen. Wenn du in deine Lieblingskneipe kommst und kriegst direkt ein Herrengedeck hingestellt. Erstmal ein schönes Bierchen und einen kurzen. Da weißt du Bescheid. Dann bist du angekommen. Da kannst du bleiben. Ja, und Luke Roo macht dann quasi seine Polizeiarbeit ab Tresen. Und arbeitet da dann zwischen Servietten und Schnapsgläsern sich einen ab. Ja, und ab da geht es dann weiter voran. Wir bekommen dann auch die erste Verwandlung tatsächlich in diesem Pub zu sehen. Und die ist sehr, sehr schmerzhaft. Ja, muss ich sagen. Ich fand die sehr, sehr schmerzhaft. Weil es erwischt ihn beim Pissen. Ich habe noch nie gesehen, dass es so ein Werwolf hat, den es beim Pissen erwischt. Und dann verwandelt sich natürlich als erstes sein Schwanz. Und dann hast du erstmal so einen haarigen, monströsen Werwolfschwanz, der dann Blut pisst. Und denkst dir so, what the fuck? Und der stolpert da im Chlorum und verwandelt sich. By the way, diese Verwandlungsszene ist sehr, sehr geil. Also im ganzen Film. Immer wenn er sich verwandelt oder auch generell das Kostüm. Richtig, richtig geil. Also ich hatte hier sehr starke Ginger Snaps Vibes. Auch wenn der hier wesentlich haariger war. Also nicht so nackt wie bei Ginger Snaps. Aber von der Art und Weise, wie die Schritte. Auch hier wieder das Cutting und so. Richtig cool gemacht. War sehr, sehr nice anzusehen. Fast gar kein CGI dabei. Fand ich sehr cool. Und auch richtig geile verformte Klauen und was da alles dabei ist. Also wer da so auf solche Verwandlungs, wer da so einen leichten Verwandlungsfetisch hat, ja dem würde es gefallen, denk ich mal. Also wir haben hier so eine Mischung aus Ginger Snaps und ich glaub Hank McCoy hieß der aus den X-Men Filmen, der sich dann in Beast verwandelt hat. Also in den alten Filmen, in Bryan Singer etc. Und so sieht er dann auch entsprechend aus. Also er hat jetzt nicht so eine, ja, Van Helsing lange Schnauze oder was. Sondern er ist schon so ein bisschen fast klassischer Wolfman, könnte man sagen. So mit so einem eher flachen Gesicht, aber Haare, 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 Haare. Alter Verwalter, aus allen Löchern sprießt's. Holy fuck. Und er wird dann halt zeitgleich, wenn er Werwolf ist, auch einfach super drunk. Und wenn er super drunk ist, ist er super stark. Und er wird dann auch einfach mega assi zum Teil. Also er wird dann ein richtig cooler Cop, der dann einfach irgendwelche Sprayer, die irgendwo nachts die Hauswand ansprayen, halt einfach anpisst oder so. Um sie dann zu vertreiben oder so Kram. Also richtig geiler assi Cop. Und er schließt sich dann halt mit Willy zusammen, also seinem Buddy. Der das natürlich mitbekommt, weil er nach seiner ersten Verwandlung ihn bei sich nach Hause verschleppt und da ans Bett fesselt. Und ihm dann erstmal ein Drogenfrühstück machen mit Schnaps. Ja. Und die beiden sind dann wie so ein bisschen, so ein bisschen wie so ein Batman und Robin gespannt, aber in kaputt unterwegs. By the way, es gibt auch eine sehr, sehr geile Szene, in der sich der Wolf Cop dann erstmal ein Wolf Cop mobil baut. Also er hat ja so ein Polizeiautochen, was dann halt nach dem zweiten Einsatz als Wolf Cop sofort kaputt geht, weil er halt die Tür rausreißt. Und dann sind sie halt zufällig neben einer Autowerkstatt und er so, ha, Moment, das machen wir. Und dann siehst du halt so, hast, kriegst du so eine kleine Montage, wie er sich dann sein Auto pimpt und schwarz lackiert und überall irgendwelche Ws draufsprayt und bastelt und hast nicht gesehen. Es ist schon sehr, sehr witzig, dass er sich dann so eine Art Wolfman-Mobil baut. Und ja, damit gehen sie dann eben auf große Gangsterjagd, da gibt es dann so einen Drogenkartell im Ort und was weiß ich. Und dann geht es dann auch richtig zur Sache. Also es werden dann im Lauf des Films einige heftige Effekte ausgepackt, also es werden Gesichter abgerissen, Gliedmaßen durch die Gegend gefeuert, wie gesagt, Werbeschwänze und alles kriegt man ins Gesicht gedrückt. Also hier wurde jetzt nicht einfach nur, oh, wir sind ein Wolfsfilm, aber wir zeigen nichts. Nö, du kriegst hier halt das zu sehen, was du normalerweise nicht so zu sehen bekommst. Aber richtig cool und das macht es halt auch funny. Auch wenn ich sagen muss, zwischendurch hat er mal so ein paar kleine Längen, weil ich weiß manchmal nicht, ich habe manchmal vergessen, worum es gerade geht. Und es hat was zu tun mit Reptilienmenschen. Ja, Verschwörungstheoretiker immer wieder bedient. Aber ja, die spielen hier auch eine Rolle, beziehungsweise Wechselbälger, wie es ja im Deutschen ist. Das ist auch ein schönes Wort, Wechselbalk. Habe ich letztes Mal wieder nachgeschlagen, woher das eigentlich kommt. Schlagt es mal nach. Das ist echt ein cooles Wort, was es auch nur so im Deutschen gibt. Von daher, ja, habe ich zwischendurch mal ein bisschen den Faden verloren. Aber spätestens dann, wenn er sich wieder verwandelt hat, dann ging es immer wieder zur Sache. Also dann wird der normale Lou Garou fast langweilig. Aber man bekommt viel Werewolf-Time. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und wir bekommen sogar, ja, Werewolf poppen. The fuck. Also in so einer Knastzelle. Und da kommen dann die Kellnerin, also diese Barkeeperin vorbei. Und weil die haben vorher schon irgendwie rummachen wollen. Aber Lou war immer zu besoffen und hat ihr dann alles vollgekotzt. Und ja, und dann hat es halt nie geklappt. Und jetzt kam sie halt zu ihm und hat dann so mit Candlelight und so einen Scheiß. Und dann hast du einfach eine, ich glaube, drei, vier Minuten gefühlt. Und, aber so eine Werewolf-Pop-Szene. Und es ist ein bisschen weird. Es ist also ein bisschen weird, aber auch sehr funny in dem Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, klar. Ich meine, das ist auch ein Fetisch, den du jetzt ausspielst. Welche Frau hat sich nicht schon immer mal gewünscht, mit dem kratzigen, haarigen, stinkenden, riesen Wolfsmenschen zu poppen? Richtig? Wahrscheinlich keine. Wir bekommen es trotzdem geboten. Inklusive ein bisschen viel nackter Haut. Also, was heißt ein bisschen viel? Wir bekommen eine ordentliche Portion nackter Haut. Da, also nicht von ihm, sondern von ihr. Ist auch ganz nice anzusehen. Von daher wird man da gut entschädigt. Ja, und dann läuft es halt alles so auf den großen Showdown am Ende hin. Und da muss ich sagen, da geht im Film dann irgendwie die Puste aus. Ist ein bisschen schade, weil der Showdown ist dann irgendwo in so einer Einöde, wo schon diese Satanisten halt ihr Ritual immer gefeiert haben. By the way, ich fand's übrigens auch sehr innovativ, jetzt ohne Joke, dass sie hier den Wehrwolf einfach mal über Satanisten eingeführt haben. Also, dass es jetzt nicht darum geht, dass jemand gebissen wird und dann bei Vollmond sich verwandelt, sondern dass es ein satanistisches Ritual ist. Hatte ich so, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Nur mal so am Rande. Ja, und das gibt dann halt den großen Showdown zwischen den geheimen Bösewichten und dem Wolfkop. Und hast ihn nicht gesehen und sie wollen sein Blut, um weiterzuleben und bla bla bla. Da lässt es dann ein bisschen nach. Da ist es dann auch nicht mehr so brutal. Also, da habe ich so bei dieser Gangsterabschlachterei in diesem Drogenlabor, was übrigens einfach mal eine scheiß umgebaute Scheune ist. Und der Wolfkop rast da dann rein und dann metzeln sie los. Ja, und am Schluss hat, ich weiß nicht, ob es dann an Budget gefehlt hat oder an Material oder keine Ahnung was. Da habe ich mir gedacht, na, da haben sie vorher ihr Pulver schon ein bisschen verschossen. Das macht aber nichts. Und jetzt komme ich zu meinem Fazit, weil Wolfkop ist echt ein spaßiger Low-Budget-Werwolf-Film. Also, kannst du nichts anderes gegen sagen. Die haben aus ihrem Budget das Beste rausgeholt, haben richtig geile Effekte rausgeholt, richtig geiles Make-up, ordentlich Blut und Splatter und Nudity, alles mit dabei. Auch wenn die Story, ich meine, die sollte ja egal sein, aber es ist dann halt doch so ein bisschen schade, weil man sich denkt, ah, hätte man auch noch ein bisschen anders cooler machen können. Also, ich habe jetzt die Fortsetzung noch nicht gesehen, ob sie das da dann weiterentwickelt haben oder mehr Budget hatten oder was. Aber da ist noch Luft nach oben. Also, deswegen freue ich mich aber auch auf die Fortsetzung, weil ich mir so denke, hey, geil, damit kannst du jetzt was anfangen. Ich hätte mir auch irgendwie vorstellen können, dass sie da draußen eine Serie machen, weißt du? Wolfkop, we're serious, wo du dir denkst, du hattest jedes Mal irgendwie einen anderen Fall oder was. Es gibt ja so viele merkwürdige Cop-in-der-Ein-Öde-Serien oder was oder so Geschichten wie Resident Alien oder was, was ja auch auf Comedy gemacht ist, wo auch so ein Alien irgendwo der Einöde als Arzt sich ausgibt und da, um wieder aber nach Hause zu kommen und die Menschheit zu verdichten. Und sowas hätte ich mir in der Serie auch cool vorgestellt. Und ich weiß nicht, ob ein dritter Teil in Planung ist, aber wie gesagt, ich muss jetzt mal den zweiten sehen. Aber schaut ihr euch auf jeden Fall, wenn ihr es nicht schon mal getan habt, den ersten Wolfkop an. Ich hatte echt eine gute Zeit, weil der macht Spaß. Und wer auf Wolfsmenschen und Größe steht, der kommt hier definitiv auf seine Kosten. Und vor allem ist er auch wirklich funny. Der ist wirklich funny. Also, Props an der Stelle und wirklich eine Empfehlung von mir. Trivia. So, wer es noch nicht wusste, der Name der Hauptfigur Lou Garou kommt aus dem französischen Uhlala und bedeutet im französischen Bärwolf. Nämlich von Lou Garou, das ist jetzt wahrscheinlich tausendmal falsch ausgesprochen. Ja, da ist natürlich die Herleitung nicht weit weg. Die Autowerkstatt, in der sich Garou sein, ja, Wulfkop-Mobil aufpimpt und Pimp My Ride mäßig aufrüstet, heißt übrigens Styles Auto Body. Und Leute, die schon einen bis etwas älteren Wärwolf-Film namens Teen Wolf vielleicht mal gesehen haben, denen kommt vielleicht der Name bekannt vor. Denn Michael J. Fox Hauptfigur, Scott Howard, hat nämlich einen besten Kumpel und der heißt nämlich auch Styles. Schöne Anspielung. Ja, und alle, die sich jetzt so mega auf diese wilde Sex-Szene im Knast zwischen Wärwolf und Barkeeperin gefreut haben und gedacht haben, geil, Titten. Ja, es sind Titten dabei, aber es sind nicht die von Sarah Lind. Die hat nämlich während dieser Szene, ja, erwartbar, ein Buddy-Double einsetzen lassen. So, und was steht demnächst so beim Trash-Taucher an? Was gerade erst kürzlich war, habt ihr vielleicht mitbekommen, habt ihr vielleicht auch verpasst, macht aber nix, weil ihr könnt es einfach nachholen. Auf YouTube haben der Jano von den Zimbalaffen und ich uns Mad Mission reingezogen, so ein bisschen Hongkong-Asia-Action-Comedy. Und da haben wir einen Livestream zugemacht, das Schundsharing könnt ihr euch bei YouTube im Nachgang noch reinziehen. Den Film gibt es nämlich aktuell bei Prime, da könnt ihr euch den parallel quasi angucken mit unserem sehr, sehr witzigen Kommentar, wie ich finde. Und als Ankündiger schon mal für den Sommer, im Juli und August will ich einen Wünsch-dir-was-Motto-Monat bzw. Motomonate machen. Dazu kommt jetzt die Tage auch nochmal ein Instagram-Post, weil ihr dürft euch Filme wünschen, die ich mir angucken soll und besprechen soll für euch. Und das mache ich gerne, aber dafür brauche ich natürlich ein bisschen Input von euch, deswegen schaut mal auf Instagram vorbei, da kommt die Tage ein Post, da könnt ihr das dann entsprechend alles drunter schreiben, was das Herz begehrt oder was euch schon immer mal auf der Seele brennt, wo ihr gesagt habt, ja, dem gebe ich, den folter ich, dem drücke ich richtig eins rein. Oder einfach nur, weil ihr schöne, trashige Filme kennt, wo ihr sagt, hey, die hat er noch nicht besprochen, ich würde aber auch gerne mal die Meinung vom Trashtaucher dazu hören. Also Instagram und ansonsten auch Abonnieren auf allen Kanälen, YouTube etc. ist ja sowieso gegeben. Klingelingeling, die Kaffeekasse freut sich auch immer bei Ko-fi, wenn ihr das cool findet, was ich hier mache. Wenn ich werbefrei bleiben soll, kommen wir nicht drum rum. Ich mache das natürlich immer noch weiter gerne, keine Sorge an der Stelle und ich hoffe, euch hat es heute wieder mal gefallen. Vor allem bin ich sehr, sehr stolz auf mich, ich habe es jetzt wirklich an Cut durchgezogen an der Stelle. Also, ihr habt jetzt die einen Spiele oder was natürlich gehört, aber ich habe mir gedacht, hey, probiere es einfach mal. Und das hat doch einigermaßen gut funktionieren, muss ich sagen. Besser als die letzten Male. Deswegen mal gucken, ob ich das so beibehalten will. Wimps, wer es scheiße fand, ja, keine Ahnung, schmierst ihr auf ein Butterbrot und ziehst jetzt im Frühstück rein, kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Von daher, Patschechen auf die Schulter und Patschechen bei euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich glaube, dann kommt mal was zu einem Unsichtbaren. Aber dazu mehr in der nächsten Folge hier beim Trashtaurer. Tüdelü. 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 Vielen Dank.